Ein Fitnessstudio stellt man sich eigentlich anders vor. Anders ist auch das Training, das hier stattfindet. Heute möchte ich es selbst einmal testen. Hallo Nils, mir geht's gut. Bist du schon gespannt? Ja, auf jeden Fall, ich bin sehr neugierig. Dann verlieren wir auch gar nicht viel Zeit. Gehen direkt rüber, fangen wir mit dem Beratungsgespräch an und dann machen wir anschließend gleich das Training. Okay, prima. Kommen wir drüber. In Havag Nils Korb nimmt sich viel Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch. Meine Fitnessziele und mein Gesundheitszustand werden geklärt. Vor Trainingsbeginn steht dann auch noch ein Arztbesuch an, bei dem geklärt wird, ob dieses Training für mich geeignet ist. Dann erfahre ich, warum Training mit EMS so effektiv ist. Den Arm, den Bizeps anspanne, dann haben wir hier eine Anspannung und hier wird der Muskel gedehnt. Der Trizeps. So, und wenn ich jetzt zurückgehe, dann wird der Bizeps gedehnt und der Trizeps wird angespannt. Und so habe ich bei jeder Übung, der Argonist ist immer der, der gerade angespannt wird, wird der Antagonist gedehnt. Zwingend notwendig ist die spezielle Trainingskleidung, über die dann die Elektroden angelegt werden. Es fühlt sich feucht und eng an. Die Einführung ist ausführlich und informativ. Anspannung und Entspannung im Vier-Sekunden-Rhythmus. Die Intensität des Stroms wird laufend angepasst. Jede Muskelgruppe wird separat belastet. Die notwendigen Körperpositionen sind ungewohnt und anstrengend. Nach 20 Minuten bin ich kaputt. Doch anstrengender, als ich dachte. Wir machen Muskelaufbautraining. Und man kann das vergleichen mit einem Training im Fitnessstudio, am Gerätetraining zum Beispiel. Und IMS hat darüber noch den Vorteil, dass eine Trainingseinheit wirklich sehr viel effektiver ist, als eine Trainingseinheit im Fitnessstudio. Durch seine intensive Betreuung spricht das Bodystreet-Konzept folgende Zielgruppen besonders an. Wir haben drei große Zielgruppen. Das sind einmal die Leute, die ein Zeitproblem haben. Dann haben wir Leute, die eine gesundheitliche Vorbelastung haben. Sprich vor allem im Bandscheibenbereich, im LWS-Bereich, weil wir ein gelenkeschonendes Training anbieten. Und die dritte Gruppe sind die, die schon die Zeit haben und auch nicht eingeschränkt sind, aber ein Motivationsproblem haben. Dadurch, dass bei uns immer ein Trainer dabei ist, der darauf schaut, dass wir kontinuierlich die Trainingsreize steigern, deswegen kommen Leute, die ein Motivationsproblem haben, auch gerne zu uns. Billig ist das Training bei Bodystreet nicht. Trainings- und Betreuungsintensität haben ihren Preis. Aber ich finde, das Konzept ist eine Bereicherung der Fitnessszene. Und ohne Anstrengung geht es auch bei Bodystreet nicht.